so hier bin ich wieder mit einer neuen folge alien ich muss mich jetzt hier erstmal wieder kurz umziehen ich hoffe ihr habt nichts dagegen denn dieser anzug ist ziemlich schwer hier drin so dann einmal wieder mit dem lipfarm hier ricardo ricardo hören sie mich ricardo bitte komm so oh nein wo kommt das denn jetzt her und überhaupt was war nichts das für ein warte mal ich muss jetzt da runter und dann darum möchtest du mithelfen ich habe zuerst gehauen alles klar lasst es dir schmecken ok da machte kleine heine am abhängen und schon gut müssen leider noch mal umziehen man ich dachte ich hätte gespeichert ja gut das muss ich erst mal warten aber na gut der war es hat nicht erwischen lassen so jetzt nicht mehr ja 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 da ist das hier ein ja ein ding so da wird die ganze luft rausgesogen und die fenster werden dicht gemacht ach du heilige so 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 äh so das alien hat auch angst hau ab man du sollst ach 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 gott nee los kommst bei dir schneller hier so na dann so ach ach doch erstmal woanders nach fahren mit dem lift hier dürften wir das alien erstmal für eine kurze zeit los sein weiter geradeaus hier ist ja nichts interessantes sind aber diese symbole ich habe einen flammenwerfer das weißt du der hat einen gesichtsfresser vor und jetzt ich muss hier wieder unten hinkommen aber wie wie muss ich jetzt da unten hinkommen oder wie komme ich am besten da unten hin ja das ist die frage bei ihnen kommen wir nicht rein ne hätte sein können auf der karte ist ja hier links aber was haben wir denn hier zum beispiel noch drin ok das geht sogar ne da komme ich nur da durch und da durch ne das geht nicht dicke dünn 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 gut dann genau nach oben und irgendwie nach links mal sehen hier auf dieser seite geht es ja nicht weiter aber weil die musik ist so warte mal au hau ab man so wenn du bist wie du stinkst einfach nur ok einmal gott speichern ich glaube mal ein bisschen nach unten aber dass er mich dadurch vielleicht etwas besser hört aber egal so jetzt gucke ich in die richtung das heißt hier runter und da unten hin ich hoffe mal hier sind jetzt keine androiden aber ich glaube nicht die sind alle vernichtet worden hier ist es cool Dünn 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 Lass mich doch einfach mal in Ruhe hier. Ähm... Nee... Nee, 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 nee... Aber... Sind hier gleich zwei Dinge zum Speichern? Nee, kann nicht sein. Nö... Und das andere... Moment... Nee, da sind dann nur diese... Hier ist noch was. Jetzt kommt das da rum. Oh Gott, bist du hässlich. Hm... Wenn das Eint doch mal in Ruhe lassen würde. Aber nein... Das will ja immer Ärger haben. Ähm... Hm... Hm... So... Oh Gott ey, kommst du da aus dieser Tür auf den Düdel? Hau ab ey! Okay... Ja, lauf weg, Mann! Warte mal... Hier runter... Da lang... Au, 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 au... Heißer Dampf! Au, alles mitgenommen, das ist toll! Da geht's nicht hoch... Äh... Den halten wir vorhin, oder? Opsala! Ja... Ähm... Nee, da muss ich nicht reichen. Aber... Da haben wir den Raum ja auch auf der Karte. Mit der Leuchtfahrer geht nichts, das geht auch nicht mit. Gut, da unten liegt noch was, oder? Nee, die Tasten... Hier spricht Captain Dallas mit einem ersten Bericht von der Rückreise unseres Teesostrips. Wenn wir zurück sind, würde ich um ein Gespräch mit einem Transportkoordinator bitten. Mein Bildung derer, wissenschaftlicher Offizier, wurde ersetzt. Ohne weitere Erklärung. Ich bin mir sicher, dass der neue weiß, was er tut, Robert. Für sowas... Hau doch jetzt mal! Mach mal! Hm... Wir werden für unsere Kraft bereit sein, sobald wir Bescheid reden. Dallas, Captain Danostromo, Ende. Okay... Äh... Jetzt müssen wir hier durch. Die einzige Tür, die grün ist... Alter... Bist du jetzt hier immer dasselbe, oder... Bist doch mal ein anderes? Mann, 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 Mann... ... Da, wo ich bin und so weiter... So... Plink, Trophäe, Aiden... Übertragung... Hm... oh ja 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 das kommt ziemlich oft das vieh kommt ja fast in jedem raum jetzt wo ich bin ermöglicht die der tors ist ja ja moment was war ja selber folgt du hast gefossen hätte es doch nicht tun soll das hätte er nicht machen sollen tappt tappt es tappt nur um gut meine letzten 370 dann muss ich wenn das hier wow der tapft da hinten rum ich bin nicht da du kannst woanders hingehen mein freund du kannst abhauen geht dahin wo du hergekommen bist mensch na jetzt ist es wieder hier vor alter denn 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 schnauf nicht so mensch ich bin nicht hier du siehst doch dass da keiner ist man oh gott der rennt immer so vorbei das gibt es gar nicht okay hallo überlegt da wenn der geballert hat muss doch jemand noch hier sein ich habe doch nur jetzt die eine leiche gesehen okay dann muss ich jetzt wohin ich bin ja von hier in dem bereich ja gut stellen sie den strom zum solomons habitat transit wieder her okay muss hier irgendwo strom gestellt werden ha und wo wenn ich fragen darf ähm du hättest nicht ballern sollen 50 mehr für mein flammenwerfer komm ich da rein wenn ich da wo den strom herstellen muss oder was hm das ist eine gute frage oder ist da irgendwo eine bodenplatte oder sowas ich sehe keine hm hier kann ich auch keine drogen wieder herstellen äh hm hm ähm das ist merkwürdig hier ist auch ein strom irgendwo her gekommen und das einzige was geht ist hier aber mit denen bin ich ja gekommen ähm hm das gelbe zeichen war jetzt nochmal ausgang ne da will ich gar nicht hin okay dann müssen wir ne auch nicht die sind hier alle zu aber hier kann ich was benutzen na dann na dann na dann oh oh gehen wir mal schön ins frotti bleibt da ja so dann haben wir hier frotte einsammelt nein geht nicht ich kann auch echt nichts mehr herstellen außer medikit ne rohrbombe geht noch hm ne rauchgranate ich habe noch keine einzige rauchergranate probiert jetzt das könnte ich auch mal machen ich mach mal hier eine rohrbombe so hm dann kann ich das wieder mitnehmen ok fehler hey miles meine schicht ist um und ich mach jetzt feierabend falls du in den nächsten drei stunden hier aufgroten solltest um das system zu reparieren bin ich nicht mehr hier der code ist 1851 in ordnung äh 1851 so habe ich mir jetzt gemerkt okay okay was ist denn das hier ähm das ist jetzt nicht so wichtig da würde ich vielleicht auch mal ehrenwo gewesen haben hm hm okay weiter ja das ist tut mir leid aber als sie sich dazu entschlossen haben einem schiff nachzujagen das niemals ankommen wird haben sie den plan ignoriert sinclair ende äh gut ich muss ja den strom da wieder anmachen ja kannst du jetzt mal da weg gehen und da läuft er rum alter was wenn er weiß was ich vorhabe und hier seine runden dreht geht ja ja die replay muss halt gleich hier vorbeikommen ich frage auf sie he he ha na gut okay okay äh ja äh so zugangscode eingehen äh eins dann die acht fünf und noch mal eine eins Puh wie dunkel hier äh das dunkel so was gucken wir da jetzt hier ARD ZDF oder was WDR auch speichern genau das ist wichtig na dann soll ich jetzt an strom geht wieder strom geht wieder nach oben nach oben ähm hm 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 so hier ist die Tür ja das kann man auch den Hebel machen hab ich den mit so ein mit meinem Knüppel gehauen hier ähm ich bin nicht da ja gut blödes Zerfdeck hier aber naja was ist voll ach die Batterie hm 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 oh oh es ist doch vor der Tür hier ist ein etwas besseres versteckt aber gut hm 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 ja tapst du draußen rum oder sie je nachdem Männlein, Weiblein man weiß es nicht hallo wo bist du da bist du da bist du ja ja da ja 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 da Puh, Alter, verschwinde doch mal. Das läuft da jetzt immer wieder rum. Jetzt ist es dort. Okay. Gehen Sie über den Habitatbereich in das Raumfahrtterminal. Okay, sieht nicht ganz so weit aus. So, jetzt hier rein. Hier rein. Transit rufen. Das ist auch noch. Okay, dann verstecke ich mich hier so lange. Das dauert ja immer erst ein bisschen, bis das Ding da ankommt. La 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 la. Jo. Alles klar. Ich mach mich da mal aus dem Staub. Und ich fahre. Ich höre weit aufs Team des Alien. Torrents an Ripley. Ripley, wir gehen jetzt in Position für die automatische Landungsbrücken-Andocksequenz. Der Funk wird abbrechen, bis wir uns dem sinkenden Orbit der Station angepasst und in Position gebracht haben. Wir warten nur darauf, dass Sie die Klemmen der Schlepperplattform ausfahren. Keine Ahnung, wie Sie mich zu dieser Aktion überreden konnten. Okay. Hier rein. ja zur seite hier unten komme ich nicht durch nein ok gut dann wird das mir gespeichert und dann mache ich in der nächsten folge weiter wo auch überall probleme alles geht kaputt und dann muss es ja warum dann gehst du doch wieder kaputt oder so na dann danke dass ich hier auch wieder wegleitet und das war nicht noch folgen was gut bye bye